Hey Leute, hier ist der Mark. Willkommen zu einer neuen Schiffsvorstellung. Heute haben wir hier den japanischen Premium Kreuzer auf Stufe 7, die Magma Schreck am Start. Dort werden wir uns natürlich alles genau anschauen, welche Module ich nutze, welche Verbrauchsmaterialien wir haben. Dann gucken wir uns die Werte an, vergleichen diese mit anderen Kreuzern auf der Stufe. Dann gibt es die Kapitän-Skillung und das erste Gameplay. Dieses Schiff basiert übrigens auf einer Sutsuya, kann man glaube ich relativ gut auch an den Geschützen sehen. Also 15 Granaten, die wir hier gleichzeitig in der Luft haben. Von den Werten unterscheiden sich die Schiffe allerdings ein bisschen. Ich glaube der Name lässt dort schon mal ein bisschen in die Richtung denken, was es sein könnte. Und zwar haben wir hier eine 4% bessere Brandwahrscheinlichkeit, was natürlich brutal ist bei so vielen Granaten, die man in der Luft hat gleichzeitig. Außerdem haben wir hier auch die Nebeloptionen für den Katapultjäger, was natürlich auch brutal stark ist. Allerdings kommt das natürlich auch mit ein paar Nachteilen. Wir haben dafür 3.800 Trefferpunkte weniger Leben, was natürlich schwieriger ist damit dann am Leben zu bleiben und man ist gegebenenfalls schneller draußen. Außerdem ist auch unser HE-Aufprallschaden um 400 geringer, aber natürlich ein sehr sehr stärker Feuerstarter. Und bei den Modulen nutze ich einmal als erstes das Hop-Batterie-Mod 3, um einfach die Drehgeschwindigkeit der Hop-Türme etwas zu verbessern. Als zweites Antriebs-Mod 2, um schneller beschleunigen zu können. Als drittes das Tarnsystem-Mod 1 für einen besseren Tarnwert. Außerdem verschlechtern wir auch die Streuung vom Gegner, wenn er auf uns schießen sollte, was natürlich immer gut ist als Kreuzer. Und zu guter Letzt nutze ich das legendäre Hop-Batterie-Mod 3, um nochmal die Ladezeit zu verbessern, um häufiger Brände hoffentlich in der Runde zu machen. Das ist natürlich die Idee dahinter. Bei den Verbrauchsmaterialien haben wir einmal Schadensbegrenzung mit unendlich Aufladungen. Als zweites die Auswahlmöglichkeit zwischen dem Sonar mit 2 Aufladungen und einer Schussortung von 4,4 Kilometern und einer Torpedoortung von 3,1 Kilometern und dem defensiven Flakfeuer mit 2 Aufladungen. Ich werde auf jeden Fall das Sonar in der Runde nutzen. Als drittes haben wir die Auswahlmöglichkeit zwischen dem Katapultjäger mit 3 Aufladungen und dem Nebelerzeuger mit 2 Aufladungen. Mit einer Dauer der Nebelwand von 65 Sekunden und einer Wirkungsdauer von 20 Sekunden. Das ist natürlich eine Besonderheit gegenüber der Tsutsuya definitiv. Dementsprechend nehmen wir das auf jeden Fall auch mit, würde ich sowieso machen. Nebel über den Katapultjäger ist auf jeden Fall eine geile Sache. Und zu guter Letzt haben wir noch die Reparaturmannschaft mit 2 Aufladungen, welche über 28 Sekunden je 205 Trefferpunkte wiederherstellen kann. Das wären ca. 5740 Trefferpunkte pro Aufladung. Dann kommen wir zu den Werten. Diese werden wir natürlich mit anderen Kreuzern auf der Stufe vergleichen. Wir haben bei Überleben 46 Punkte, Trefferpunkte 34.200, was doch auf jeden Fall stark unterdurchschnittlich ist für die Stufe. Panzerung 6 bis 140 Millimeter. Schauen uns dort auch schnell die Panzerungsgruppen an. Haben hier eine Bugpanzerung von 25 Millimetern. Allgemein auf jeden Fall ein sehr, sehr leicht gepanzertes Schiff und kassiert hier auch unfassbar gerne Zitadellen. Also da muss man auf jeden Fall sehr, sehr aufpassen. Gewissen Sicherheitsabstand haben. Gerade gegen Kreuzer mit guter AP oder Schlachtschiffe kann es sonst ganz schnell zu Ende sein. Hier nochmal die Zitadelle. Wirklich sehr, sehr groß, sehr, sehr lang, überhalb der Wasserlinie. Also da muss man sehr, sehr aufpassen. Und die Torpedo Schadensverringerung ist 10%, was minimal schlechter ist als der Durchschnitt. Bei der Artillerie haben wir 53 Punkte und bei der Hauptbatterie haben wir 5x3 155 Millimeter Geschütze mit einer Reichweite von 15,3 Kilometern, was etwas schlechter ist als der Durchschnitt. Ladezeit sind hier 10 Sekunden, was etwas besser ist als der Durchschnitt. Dauer für die 180 Grad Drehung wiederum mit 25,7 Sekunden etwas schlechter als der Durchschnitt. Die Sprenggranaten machen einen Höchstschaden von 2300 mit einer 15%igen Brennwahrscheinlichkeit und der AP-Granaten-Höchstschaden liegt bei 3300. Damit haben wir auf jeden Fall einen guten HE-Schaden pro Minute und auch einen etwas überdurchschnittlichen AP-Schaden pro Minute. Allerdings natürlich ein relativ kleines Kaliber, macht dort wahrscheinlich nur auf Breitseiten, die relativ dicht dran sind, Sinn die AP zu nutzen. Und wir haben hier auf jeden Fall auch einen richtig, richtig starken Feuerstarter. Das sollte man auf jeden Fall nutzen. Und bei der Sekundärbewaffnung haben wir 4x2 127 Millimeter Geschütze mit einer Reichweite von 5 Kilometern, einer Ladezeit von 5 Sekunden. Und dort machen die Sprenggranaten einen Höchstschaden von 2100 mit einer 8%igen Brandwahrscheinlichkeit. Bei den Torpedos haben wir 45 Punkte und dort haben wir 4x4 610 Millimeter Torpedowerfer mit einer Ladezeit von 109 Sekunden, was doch eher eine schlechtere Ladezeit ist. Dauer für die 180 Grad Drehung ganz normal 7,2 Sekunden. Höchstschaden liegt bei 17.233, was auf jeden Fall relativ gut ist. Torpedo Erkennbarkeit zu sehen mit 1,7 Kilometern, aber auf jeden Fall ein sehr schlechter Wert. Torpedo Reichweite mit 11 Kilometern, auf jeden Fall auch ein sehr guter Wert. Kann man mit arbeiten und die Torpedogeschwindigkeit mit 56 Knoten, doch eher im etwas langsameren Bereich. Aber man hat natürlich sehr sehr viele Torpedos mit einer brauchbaren Reichweite, gerade wenn die Gegner einen etwas hinterherfahren, sollte man diese so häufig wie möglich nach hinten rauswerfen. Bei der Flugabwehr haben wir 44 Punkte und dort haben wir 2x2 13,2 Millimeter Geschütze mit einem mittleren Schaden pro Sekunde von 7 und einer Reichweite von 1,2 Kilometern. Dann noch 4x2 25 Millimeter Geschütze mit einem mittleren Schaden pro Sekunde von 20 und einer Reichweite von 3,1 Kilometern. Und zu guter Letzt noch 4x2 127 Millimeter Geschütze mit einem mittleren Schaden pro Sekunde von 40 und einer Reichweite von 5 Kilometern. Und damit haben wir leider eine sehr sehr schlechte Flugabwehr, um genau zu sein die schlechteste Flugabwehr von allen Kreuzern auf der Stufe. Man möchte dort auf keinen Fall in Flugzeugträgerrunden kommen. Dann kommen wir zur Manövrierbarkeit. Dort haben wir 72 Punkte, Höchstgeschwindigkeit 34,5 Knoten, was etwas schneller ist als der Durchschnitt. Wendekreisradius genau im Durchschnitt mit 750 Metern und die Ruderstellzeit mit 5,6 Sekunden ist auf jeden Fall richtig, richtig stark. Und zu guter Letzt kommen wir zur Tarnung. Dort haben wir 57 Punkte, Erkennbarkeit zu Wasser 12,3 Kilometer, was auf jeden Fall ein guter Wert ist. Erkennbarkeit zur Luft 7,4 Kilometer, was auch relativ gut ist, kann man mit arbeiten, gibt natürlich noch ein paar bessere Schiffe. Garantierte Erkennbarkeitsreichweite ganz normal 2 Kilometer und Erkennbarkeit beim Feuer in dem Nebel sind 6 Kilometer, was auch ein relativ guter Wert ist. Dann kommen wir zur Kapitänskillung. Dort bietet sich natürlich perfekt Azulain Atago an mit der Basisfähigkeit der Tod von unten. Und geskillt habe ich einmal außerhalb der Reichweite, um die Reichweite zu erhöhen. Dann natürlich der Brandstifter, was natürlich eine perfekte Kombination ist mit der schon besseren Brandwahrscheinlichkeit gegenüber der Sutsuya, was natürlich super ist. Dann als drittes Schwamm, als viertes fixiert, als legendären Skill die Nachfüllstation. Und bei den Inspirationen gehe ich hier mit dem Francesco Mimbelli auf die Ladezeit. Und nochmal mit ARP Haguro auf die Brandwahrscheinlichkeit und Reichweite, um das Maximum aus der Hauptbatterie rauszuholen. Alternativ kann man natürlich auch gut als Inspiration zum Beispiel den Nikolai Kuznetsov nutzen. Oder wenn man das Maximum aus der Nachladezeit rausholen möchte, in Kombination mit dem Mimbelli noch den Ding Roushang, um dort wirklich die Ladezeit richtig runterzudrücken. Und für alle, die vielleicht nur historische Kapitäne haben sollten, dort würde ich wahrscheinlich alternativ den Isoroku Yamamoto nutzen. Dieser hat aber halt auch eine AP-Basisfähigkeit, was nicht so häufig, sag ich mal, bei der Magma Schreck zum Vorschein kommen wird. Von daher ist dort auf jeden Fall Azulain Atago auf jeden Fall besser. Speziell, weil der Yamato natürlich eher schon ein AP-fokussierter Kapitän ist. Für andere Schiffe dann natürlich nochmal besser. Aber kann man trotzdem gut spielen. Man verliert ein bisschen Brandwahrscheinlichkeit, aber trotzdem wird man fast ähnliche Ergebnisse damit erzielen können. Aber wie gesagt, ich werde auf jeden Fall Azulain Atago in der Runde nutzen. Das ist natürlich die perfekte Kombination. Brandstifter mit der allgemeinen schon guten Brandwahrscheinlichkeit und den vielen Geschützen. Das könnte auf jeden Fall richtig böse werden, was für die Gegner und Brände angeht. Ich bin gespannt. Und ich würde sagen, wir gehen mal direkt ins Gefecht. So, wir sind im Gefecht auf der Karte Gefahrenherd. Mit dabei haben wir den Moki in der Alabama und den Bosnien-Lord in der Österreich-Land. Sechser, siebener Gefecht haben wir hier erwischt. Zwei Zerstörer im Gegnerteam. Zwei Kreuzer, fünf Schlachtschiffe. Fünf Schlachtschiffe sehen wir natürlich gerne. Gerade mit einem guten Feuerstarter. Möchte man dort natürlich Schlachtschiffe haben, um dort das Maximum rauszuholen. Wir starten hier auf der C-Seite. Und los geht es. Fahren erstmal ein Stück nach vorne. Ich persönlich, gerade mit den japanischen Kreuzern, mag es dort einmal kurz wenigstens in Reichweite vom Eroberungspunkt zu fahren, um dort dann quasi die Torpedos rauszuhauen Richtung Cap. Torpedos sind auf jeden Fall unterwegs. Und hat sich auch schon gelohnt. Die ersten drei Torpedotreffer haben wir bereits gelandet. Zum Glück gibt es natürlich keinen Team-Schaden. Und da haben wir schon mal die New Orleans entdeckt. Im B-Punkt ist er auf jeden Fall auch schon mal ein Zerstörer. Bismarck haben wir hier außerdem auch auf unserer Seite. Auch im C-Punkt ist bereits ein Zerstörer. Da ist die Fletcher. Da werden wir selbstverständlich versuchen, drauf zu schießen. Die Bismarck schießt hier auch schon direkt auf uns. Deswegen nebeln wir uns jetzt hier schon mal und treffen auf jeden Fall die Fletcher auch relativ gut. Reichte nicht ganz für den Kill, aber die Schützenhilfe konnten wir uns hier noch abholen. Und auch nochmal direkt einen Doppelbrand auf die New Orleans gemacht. Die hat, glaube ich, eben schon das Schadensbegrenzungsteam genutzt. Dementsprechend wird dort der Schaden schon hochticken. Und bereits fünf Brände innerhalb von zwei Minuten. Und der Mocky nimmt die New Orleans raus. Bismarck sitzt dort hinter der Insel. Ist aber so weit weg von der Insel, dass wir auf jeden Fall noch rüber schießen können. Und in der Mitte fährt auch eine Scharnhorst durch. Da haben wir noch eine New Jersey. Konnten, glaube ich, auf die Scharnhorst auch nochmal einen Brand machen. Das ist natürlich auch zu erwarten, dass man hier viele Brände macht. Wie gesagt, wir sind hier schon auf Feuerstarterqualitäten von einer Cleveland zum Beispiel. Und mit einer Cleveland durch den ganz, ganz hohen Schussbogen und geringen Reichweite ist es natürlich schwieriger dort, die Granaten unterzubringen. Von daher kann man schon fast sagen, dass es aktuell der beste Feuerstarter auf der Stufe ist. In den meisten Situationen. Und ihr seht schon, wir haben bereits nach drei Minuten Spielzeit elf Brände erreicht. Man merkt allerdings auch, dass der Aufprallschaden definitiv geringer ist gegenüber einer Tsutsuya. Das ist ja hier mehr oder weniger einer der Nachteile. Dass die HA einfach beim Aufprall weniger Schaden macht. Und das merkt man auf jeden Fall auch. Aber dafür macht man natürlich fleißig Brände. Sieht auf jeden Fall nicht verkehrt aus. Drei Schiffe hat das Gegner-Team bereits verloren. Da haben wir den nächsten Brand und die Bismarck sollte dort auch bald raus sein. Vernichter haben wir jetzt hier schon abgeholt. Da sieht man mal, mein Aufprallschaden mit 120 Granaten ist gerade mal 40.000 Schaden. Was natürlich nicht so viel ist. Aber die Brände hatten dort dann allein 60.000 Schaden gemacht. Und nach vier Minuten haben wir hier schon 16 Brände. Und wurde zwar noch verwehrt, hier den ersten Kill zu machen in der Runde. Aber das ist natürlich nicht so tragisch. Die New Jersey dort mittlerweile am Abhauen. Nachdem sein gesamtes Team sich dort mehr oder weniger weggeworfen hat. Hier auch ein Mobile-Spieler unterwegs. Wir haben hier aber dank der Nachfüllstation trotzdem hier die Möglichkeit zu schießen. Auch wenn die Granaten hier bis zu 13 Sekunden unterwegs sind. Und das Treffen dort sicherlich nicht leicht ist. Wir treffen hier aber trotzdem und machen unseren nächsten Brand. Und dann machen wir den nächsten Brand. Und dann machen wir den nächsten Brand. Schauen wir mal, wo die New Jersey schießt. Glück nicht auf uns. Und auf der anderen Seite geht auch noch die Mundpil hier per vernichtenden Schlag raus. Und den Großkaliber konnten wir uns jetzt mittlerweile auch abholen. Das Schadensbegrenzungsteam hat die New Jersey wieder genutzt. Okay, die Lightning auf der anderen Seite hat auch nichts mehr an Trefferpunkten. Dann wird, wie es aussieht, doch eher eine etwas eindeutigere Runde. Auf jeden Fall ein Sieg hier. Aber ich glaube, man hat sehr, sehr gut gesehen, warum dieses Schiff auf jeden Fall Magma-Schreck genannt ist. Eine richtige Feuer-Schleuder. Hatten dort innerhalb von, keine Ahnung, vier Minuten oder so den Vernichter. Mit über zehn Bränden. Also man wird auch, wenn man hier definitiv mal so 15 Minuten Runden hat, sicherlich mit diesem Schiff auch mal deutlich über 30 Brände schaffen. Und mit dieser Kapitänskillung, die ich aktuell nutze, was ja wirklich das Maximum aus der Brandwahrscheinlichkeit rausholt, haben wir hier 24 Prozent oder ich glaube 23,9 Prozent Brandwahrscheinlichkeit. Was bei der Feuerrate von 7,6 Sekunden mit unserer Kapitänskillung natürlich unfassbar viel ist. Da wird man auf jeden Fall viele, viele, viele Brände machen in den meisten Runden. Klar kann man natürlich auch mal Pech haben. In dieser Runde würde ich schon sagen, gerade die ersten vier, fünf Minuten, da hatten wir definitiv auch ein bisschen Glück gehabt, dass wir so viele Brände bekommen haben. Aber allgemein wird man dort auf jeden Fall im Vergleich mit den meisten Kreuzern auf der Stufe mehr Brände machen. Und ja, die New Jersey ist jetzt hier noch am Abhauen. Schauen wir mal, ob wir eventuell jetzt hier noch unsere Medaille bekommen können. Wir haben ja schon vier Kills supported, wenn wir jetzt quasi das Gleiche nochmal bei der New Jersey machen können. Schießt hier auch auf uns. Dreh hier auf jeden Fall mal rein. Drift hier aber auf jeden Fall sehr gut. Ich glaube, es war keine Zitadelle, aber zwei Penetrationen. Schaffen wir es vielleicht doch noch die 20 Brände wenigstens in der Runde zu erreichen. Einer würde noch fehlen, aber ich glaube, das wird nicht mehr ausgehen. Und wir holen uns hier noch die helfende Hand. Sehr schön. 145.000 Schaden wurden es in der Runde mit 233 Zieltreffern. Fünfmal die Schützenhilfe, ein Ausfall, 19 Brände, 13 Mal verteidigt. Dann gab es den Vernichter in wenigen Minuten, die helfende Hand hier, die neue Medaille, die es gibt und das Großkaliber. Schauen wir uns auch schnell das Teamergebnis an. Schöne Runde auf jeden Fall, auch interessant zu sehen. Sowas habe ich, glaube ich, noch nie gesehen, dass die ersten drei Spieler im Team null Kills hatten. Also das ist auf jeden Fall auch eine Seltenheit. Normalerweise ist es natürlich logisch so, dass die Spieler, die halt einen großen Einfluss haben, viel Schaden machen, dann automatisch auch mal einen oder anderen Kill bekommen. Aber in der Runde war es wirklich so, dass die ersten drei einfach leer ausgegangen sind. Ist aber natürlich nicht schlimm. Man wurde natürlich trotzdem auch ohne Kills mit der Erfahrung belohnt für das, was man geleistet hat. Allgemein auf jeden Fall gute Teamleistung. War natürlich auch relativ eindeutig. Werfe nochmal einen Blick auf den Wirtschaftszweig. Haben in der Runde 471.000 Kreditpunkte Profit gemacht mit dem seltenen Booster. Und dann gab es noch einiges an Erfahrung. So Leute, das soll es auch soweit mit der Schussvorstellung der Magma Schreck gewesen sein. Ein richtiger Feuerspucker auf jeden Fall. Und wird dem Namen auf jeden Fall sehr gerecht. Speziell, wenn man natürlich Azulain Atago haben sollte und dann vielleicht auch noch mit Haguro, mit der Skillung, die wir quasi spielen, das spielen, dann ist das natürlich das Optimum, was man dort rausholen kann. Was natürlich brutal ist, aber auch mit einem normalen historischen Kapitän wird man dort auf jeden Fall sehr, sehr viele Brände machen. Das ist auf jeden Fall ein kleiner Unterschied, aber in vielen Runden nicht mal spürbar. Von daher auf jeden Fall ein richtig starker Feuerstarter. Aber man muss natürlich auch aufpassen, dieses Schiff hält natürlich nicht viel aus. Ich hatte auch eine Runde dabei gehabt, wo ich mehr oder weniger gerade dabei war, den Flugzeugträger auszuweichen. Weil wir haben hier ja wirklich eine ganz, ganz schlechte Flugabwehr. Und ich sage mal, viele Flugzeugspieler auf der Stufe 7, die kennen sich ja vielleicht schon ein bisschen besser aus und wissen, dass vielleicht gewisse Schiffe keine gute Flugabwehr haben. Und da ist man natürlich mit diesem Schiff, ähnlich wie mit einer Sotsuya, natürlich das Ziel Nummer 1. Weil diese quasi für die Stufe kaum vorhanden, sage ich mal. Und da hatte ich auch eine Runde gehabt, da habe ich den Torpedobombern von den Flugzeugträgern ausweichen müssen. Und dann hat mich ein Schlachtschiff-Breitseite erwischt, weil ich ausgewichen bin. Und dann war ich halt auch direkt draußen. Also das kann halt auf jeden Fall auch passieren mit diesem Schiff. Ist natürlich immer so eine Glaskanone, keine Frage. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like da, ein Abo wäre spitze. Schaut in die Videobeschreibung. Dort findet ihr meinen Twitter-Account, meinen Twitch-Kanal, meinen Discord-Server. Schaut dort gerne vorbei. Ich würde mich freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, Leute. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.